Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zaubererzunft, zu Battlemages, Side of Darkness. Gut. Wir sind fast vorbei. Wir wollen aber erst mal rausfinden, was hier am Wachtturm los ist. Soldaten, die spielen und Dorfbewohner, pressen seine Schatte für die Imperialarmee und bringen uns alle in Gefahr. Es ist kein von euch in Business, was wir hier machen. Gut. Schau! Okay. Buffen, buffen. Feuerball. Schau! Schau! Hm, yes? Hm, ich hab mehr Augen verbrennen. Geh weg! Schaffen wir es, bevor man in einer Schwertkämpfer fällt? Sie sollten es besser wissen, als mit einem Gildmage zu sprechen. Ich werde dem Garrisonkommander informieren, dass die Ordnung auf der sechsten Magier anliegt. Sie hätten wissen müssen, dass sie sich nicht mit einem Gildmage anliegt. Ich werde dem Garnisonskontant berichten, dass dem sechsten Waffe wieder Ordnung kirscht. Ja. Ja. Ja? Aha. Wir sind fast da. Machen wir einen Abstecher hier an dem Brigantenlager vorbei. Da kommen auch schon Briganten, die uns angreifen wollen. Wir sind fast da. Gut. Ja? Es ist meine Ehre. Ja, Herr. Aber nicht Briganten, die meinen Magier verhauen. Das mag ich sowas von gar nicht. Es ist meine Ehre. Wieso? 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 Also wir haben einen Brigantenlager, das können wir aber erstmal lassen. Ah, ein Grizzly Bear, also ein Bärenlager. Äh... Ne, wir kämpfen uns erstmal nicht an all dem Zeug vorbei. Wir servieren das Empire. Wieso? Wir sind fast da. Sind wir dem Weg gekommen? Ja, dem Weg sind wir gekommen. Wir sind fast da. Wir können nämlich von der anderen Seite einfach kommen erstmal. Schöne Musik übrigens gerade. Und ja, die Höhle haben wir auch noch nicht gemacht. Das Brigantenlager, da haben wir ignoriert. Aha. Also ja, ich gehe zum Wolf, zum Wolfslager, gehe da oben zum Warrocklager und dann gehe ich zum Gardisonskommandanten zurück. Und ja, eigentlich sollte ich jetzt dieses Wissen steigern, aber ich steige noch einmal Diplomatie als nächstes, dass wir unseren zweiten Turm Schwertkämpfer holen können. Was tragen wir denn alles so bei uns rum? Auf jeden Fall Zeug für den Schwertkämpfer. Und ja, von hier aus erreichen wir die Wolfsgrube viel einfacher. Oh, und dieses Mal hat sich... Alles zurückgesetzt, aber es fehlen Sachen. Ah ne, Bären, Grizzlybär, Wolf, junger Wolf, Willmus, noch mal Bär, noch mal Wolf, okay. Hier oben gibt's glaube ich auch nur noch jedes Warrocklager und irgendwas ist weiter oben noch gewesen. Ah ja, Imperial-Gardison braucht ein Gegengift aus dem Warrocklager und das könnten wir eigentlich schaffen. Das schaffen wir eigentlich. Jetzt brauchen wir aber erstmal was aus dieser Wolfshöhle hier. Gut. Aha. Gut. Gut. Aha. Well, we don't know. We are under attack. So, die Wölfe verkloppten, das ist einfach. Gut. Gut. Okay. ya, wir sind bereits da. Ja, und die Imperial-Galso braucht auch Nahrung, um zu wachsen. Es ist immer so komisch, wenn Questaufgaben ausgeixt sind. Oh, die Wachttürme mögen uns auch mittlerweile. Oh ja, die Kamerasteuerung will mal Einheiten folgen, ist ein bisschen so lala. Da ist fast das Kamerarotieren mit Shift angenehmer. Also nicht mit Shift, sondern mit Steuerung. Mit Shift kann ich ja Kettenbefehle geben. Also ja, die Bärenhöhle, die hatten wir. Hier ist eine Warrock-Höhle und ich glaube, das war es eigentlich schon. Hier oben ist ja dann nur noch die Spielhölle von dem Typen. Mit dem können wir dann auch reden, wenn wir schon da oben sind. Wobei, ich rede erst später mit dem. Aha. Folgen wir erstmal wieder unseren Jungs. Wir haben jetzt schon wieder viel zu viel Mana verloren, dadurch, dass wir von denen weg waren. Das ist eigentlich schon ziemlich böse, dass wir Mana verlieren, während wir von ihnen weg sind. Wir sollten eigentlich wirklich nur kein Mana mehr regenerieren können, in ihrer Uni sie in der Nähe zu haben. Und auch keinen Schnellzauber aufladen. Aber, dass wir Mana verlieren, ist böse. Ja, Lager der großen Warrocks. Das sind Gesicht-Trupps Warrocks. Dieses Mal haben wir aber zum Glück auch einen Magier dabei. Aha. Wir sind almost da. So, erstmal das und das. Und dann machen wir alle blind. Oh, gut. Well, we don't know. Aim! Yes, Sir. Burn! Burn! Oh. That's all. You're a dead man. So. My troops are under attack. Kill whom? Aha. Die geben mir auch wenigstens noch ziemlich viele Erfahrungspunkte. Go where? Yes. Let's go. More! Yes, Sir. Aim! Und natürlich wollen sie gleich wieder auf meine Schützen rausgehen. Gut. 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 Aim! We're almost there. Yes, Sir. Okay, wenn sie auf meinen Kampfmagier rausgehen, dann finde ich das nicht so toll. Toll. How is it for you? Well, we don't know. We're almost there. Good. Well, we don't know. Catch this! That's all. Yes, Sir. You're a dead man. Well, we don't know. Okay, ich habe einen Schützen verloren. Catch this! Yes, Sir. I'm going. Es sind aber 100 Goldstücke und ein Gegengift. Happy to serve. Und ja, ich habe auch genug Nahrung für das Aufwerten unserer Stadt da oben. Sollten wir da das Geld, was wir kriegen, nutzen, um... ...denen eine Schriftrolle zum Stufenaufstieg zu kaufen? Yes. Aha. Ich will jetzt halt wirklich gucken, dass ich hier in der ersten Mission eine vernünftige Truppe aufstelle und die dann die ganzen vier Missionen auch übermaintäne, so wie ich es bei den Orks gemacht habe. Wobei es halt bei den Orks leicht ging mit den Heilzaubern, die ich von Anfang an hatte. Aber ihrer Beschreibung nach wird sie auch noch Matur-Magie lernen, was ich gut finde. Da werde ich nämlich die Heilzauber dort lernen. Also Heilung und Erste Hilfe oder wie es hieß. Ich weiß gerade gar nicht, kann ich meine Eimer nachgucken? Feuerblitz? Ne, ich sehe leider nur die Zauber, die ich gerade gelernt habe. Schade. Wow, we don't know.